Null, Jula, später Die Landstraße querfällt ein, Hügel hinauf und hinunter und das bei schönstem Herbstsonnenschein, eigentlich eine Glücksgarantie und vielleicht pfeift er deshalb vor sich hin, auf jeden Fall dreht sie ihm jetzt das Radio ab. Gleich wird sie es sehen, das Wasser, dann sind sie da am See und kein Mensch, sagt Anton und nimmt ihre Hand, die mit dem tiefen Schnitt, das darf er nicht und das weiß er eigentlich, deshalb sagt sie schnell da vorn und zieht die Hand weg. Jula zeigt auf die Spitze des Turms auf das goldene Kreuz. Wahnsinn, sagt Anton, echt, das ist der absolute Wahnsinn. Sie macht sich nicht einmal die Mühe zu nicken, aber Anton stört das nicht, so ein kindisches, so ein merkwürdiges Verhalten. Anton ist heute nur hier, um für sie zu tun, was er tun kann, dafür hat er sich freigenommen. Damit endlich Schluss ist, hat er gesagt, um ihn wiederzusehen. Denkt Jula. Nein, Anton soll nicht mitkommen, das letzte Stück. Da oben am neuen Ausflugparkplatz soll er sich hinstellen, vielleicht dann rauchen. Er kann ein paar Fotos machen mit seiner überdimensionalen Kamera. Er kann die Aussicht genießen auf das zu dieser Jahreszeit noch vollkommen ausgestorbene Freizeitparadies, sich in Sicherheit wiegen, aber auf keinen Fall kann er mitkommen und er darf hier nicht nachgehen. Und nicht gucken, bitte. Anton will Jula einen Kuss geben, aber die dreht sich weg und Anton küsst die Luft, wie so oft. Nicht hier, sagt Jula, aber vielleicht hat er sich auch verhört. Vom See her bläst der Wind viel stärker als dort, wo sie herkommen, als zu Hause in der Stadt, wo Jula sich besser auskennt mittlerweile, besser als hier. Jula steigt den schmalen Pfad, die Böschung hinab, auf den See zu, wo das Kreuz leuchtet, wie früher, wie blankpoliert, dabei kann Greta, und wie hieß sie nochmal mit Nachnamen, Malicht, 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 sich in diesem April nicht darum gekümmert haben. Vereinzelte junge Bäume stehen unten am Ufer, zu schmal, um weite Schatten zu werfen, aber das wird noch. Irgendwo da muss er sein, da muss sie hin, und jetzt rutscht sie aus, fängt sich im letzten Moment, landet mit einer Hand in etwas Stachligen und schlittert dem feuchten Laub in Richtung Wasser. Der See will sie haben, auch sie, das hätte sie sich denken können. Der Pfad muss gesichert werden, da kann man sich sonst das Genick brechen. Kurz überdenkt Jula diese Option, dann konzentriert sie sich auf den Abstieg. Dicht am Ufer steht ein Stein, rundherum wurden Rosen gepflanzt, wahrscheinlich sind es die alten Stöcke vom Friedhof, die wollten sie damals mitnehmen für diese Gedenkstätte. Jula geht auf den Stein zu, wie auf einen Altar, und das erste Mal seit langer Zeit, hat sie keine Angst. Er wird kommen, er muss. Dort, weit hinten, an der Mauer, am Rande des Sees, leuchtet noch immer seine Botschaft. Klitzeklein von hier aus, aber Jula weiß, was dort geschrieben steht. Sie wendet den Blick ab, sieht auf den Stein, auf die Jahreszahlen, und plötzlich spürt sie ihn, da ist er endlich. Gegründet 923, sagt Jules, und sieh mich nicht an. Jula fährt mit dem Finger über den Bindestrich und über die Zahl dahinter, das Ende des Ortes. Untergegangen vor ein paar Jahren, sagt sie, und Jules nickt. Jula kann ihn sehen, ohne ihn ansehen zu müssen, sie erinnert sich genau. In identischen, olivgrünen Herbstanoraks stehen sie vor dem Stein, gleich groß sind sie, gleich dünn und gleich unbeholfen, von hinten aus betrachtet unterscheiden sie sich nur durch die Haarlänge und dadurch, dass Jules Haarnass glänzt. Mittlerweile ist er fast zehn Jahre jünger als sie. Jules beginnt die Inschrift zu lesen, die irgendein Hellseher oder Verrückter für den Stein ausgewählt haben muss, zweisprachig und holprig. Von Calderon de la Barca, sagt Jula. Das klingt schön, sagt Jules, und hast du Spanisch gelernt? Das hat sie. Sie hat viel versucht, um sich abzulenken. Vielleicht ist der Ort noch da, sagt Jula. Ich bin mir nicht sicher, sagt Jules, und wendet sich zum Gehen. Warte, denkt Jula. Sie sagt es nicht laut, aber Jules bleibt stehen. Es tut mir leid, sagt sie, dass ich weggegangen bin. Jules nickt, und dann hört sie, wie er wieder ins Wasser geht, zurück in den Ort. Sie schaut ihm nicht nach. Ein Abschied. Das war endlich so etwas wie ein Abschied. Aber weinen kann sie immer noch nicht, dafür ist zu viel verloren. Ein zu viel, das eigentlich alles ist, und gegen das auch ein Mensch wie Anton nichts tun kann, und gegen das kein Hiersein hilft kein woanders und kein gar nicht. Seit fast zehn Jahren ist sie nicht hier gewesen. Jetzt nimmt sie sich Zeit und weiß nicht wofür. Jula setzt sich ins nasse Laub, an den Rand des unermesslichen Sees und wartet. Dankeschön.